Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie immer beginnen wir unser Abendprogramm mit der Tagesschau. Danach geht es weiter mit dem blauen Bock und anschließend kommt das Wort zum Sonntag mit Dekan... Hallo liebe Zuschauer, diese Zeiten sind endgültig vorbei. Bei ProSieben, die Bill Cosby Show. Bei RTL Plus, Tutti Frutti. Sat.1, Batman. Und das alles in Avanti, der Satellitenzeitschrift mit über 35 Programmen. Überall da, wo es Zeitschriften gibt. Oder beim Verlag.